Ja, wer kennt die Treppen? Habt ihr sie erkannt? Genau diese Treppen ist Kenyo Reefs hoch und runter gegangen mit seinem Hund, wenn er hier geparkt hat. In dem Film John Wick 1 bis 3, sehr spannender Thriller, kann ich euch nur empfehlen. Auch ein ganz toller Drehort, ist heute leider geschlossen, war ein Restaurant vor kurzem noch drin, ist pleite gegangen wegen Corona. Und diese Treppen sind weltberühmt von Kenyo Reef in John Wick, also toller Drehort. Wenn ihr hier nach New York kommen solltet, in der Nähe von der Wall Street findet ihr diese Treppe von John Wick, das Continental Hotel. Top!